... ... ... ... ... ... ... ... Information zu RE 15 nach Webel über Oberhausen. Abfahrt 15 Uhr 3. Heute ca. 30 Minuten später. Grund dafür ist eine Verschädigung eines vorausfahrenden Zuges. Beobacht 15 Uhr 3. Heute ca. 30 Uhr 3. Heute ca. 30 Minuten später. Untertitelung des ZDF für funk, 2017